Ja, schönen guten Tag. Uns hat es ja in den letzten Wochen immer wieder erwischt mit ein paar Ausfällen, sprich kleinere Verletzungen oder Krankheiten. Der letzte war auch der Flumada. Jetzt hat es den Omar Damari erwischt und ich hoffe, dass es dann so ist, wie der Dr. Kmin sagt, dass er im Jänner wieder einsteigen kann mit dem Training und da voll fit ist. Es gibt ja auch Sachen, wo man fast sechs Monate oder dreiviertel Jahr auch braucht. Also wir wollen jetzt den Torf nicht an die Wand malen, aber es ist natürlich schon für mich als Trainer ein bisschen eine schockierende Sache jetzt mit dem Omar. Das wird uns natürlich auch sehr fehlen zum Spiel. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, den Omar zu ersetzen als tiefe Spitze. Es gibt einige Möglichkeiten. Roman Kinas oder Ola. Kameras stehen da zur Verfügung. Es gibt auch noch eine dritte Variante, die wir uns überlegen. Bis morgen sind noch zwei Trainings, das wir dann vielleicht mit einer Rochale aus dem dynamischen Mittelfeldspiel ersetzen werden. Das ist vielleicht gut zu überlegen. Das werden wir noch tun. Dann, das Spiel war ja in Salzburg, denke ich, hochklassig mit sehr viel Tempo und auch sehr spannend und ich gehe davon aus, dass das morgen ähnlich wird. Salzburg hat ja bekanntlich einen sehr starken Kader und die werden auch versuchen, gegen uns gewinnen zu wollen. Das wollen wir auch. Wir spielen zu Hause. Wir hoffen, dass uns viele Fans wieder unterstützen. Und wir wollen natürlich auch morgen gegen Salzburg alles reinhauen und versuchen, drei Punkte zu machen. Ja, schaut, es ist immer so was. Es ist ein schönes Spielchen für die Presse. Also ich versuche als Trainer jährliche Arbeit abzugeben. Der Gradmesser natürlich, dafür ist dann immer das Spiel am Wochenende. Das weiß ich. Wenn dann die Presse hingeht zu einem Spieler, der unzufrieden ist, weil er in der letzten Zeit nicht viel gespielt hat, dann ist das natürlich die eine Story. Ja, es ist auch nicht ganz richtig, wie drinnen steht, dass ich nichts mit ihm rede. Also ihr könnt es ja unseren Trainerstab fragen. Der Kini ist jetzt fast jede Woche bei uns im Büro. Wir reden darüber, was wir gerne hätten, wie wir uns das vorstellen, ob er gute Laune hat oder schlechte Laune hat. Wir besprechen das alles so wie bei jedem anderen Spieler auch. Und er hat in den letzten Wochen mehr Liebe von mir bekommen. Und deswegen wundert es mich, dass er ein bisschen anders in der Zeitung steht oder in dem Bericht im Internet. Und ja, es ist ganz normal. Also der Spieler muss schon unzufrieden sein, wenn er nicht so dabei ist, wie er sich das gerne vorstellt. Aber wir haben in den letzten drei Spielen zehn Punkte gemacht mit den Spielen, die wir eingesetzt haben. Und hätten natürlich auch in Ried gewinnen können, das ist ganz klar. Und somit zeigt für mich die Formkurve nach oben. Wir bereiten uns mental stark auf die letzten zwei Partien vor. Und das ist ganz normal, ja.